ja hallo herzlich willkommen zu meinem nächsten tutorial ein schluck kaffee bitte wie ihr sehen könnt wollen wir uns heute mal ein bisschen mit der maschine beschäftigen denn dieser wunsch kam und ich war ein wenig verwundert dass manche leute noch fragen ob maschine ein nur ein reiner controller ist und gar nicht so wissen wie das funktioniert ich hoffe dass man diese diese kamerafunktion hier sehen kann diese scheiß logitech banken regt mich auch dass auch hier die maschine sichtbar ist denn ich will euch jetzt erstmal so ein bisschen die grundfunktion erklären und euch zeigen ungefähr was die maschine kann und dafür ist es natürlich wichtig dass man bild hat also ihr seht hier das programm von der maschine und dieses programm ist mit der maus eigentlich nicht mehr zu bedienen wenn man das möchte denn selbstverständlich ist der die maschine ein reiner controller aber das standalone arbeitet autark und ich sag mal das standalone programm ist quasi eine komplette der w in der man wirklich komplette sounds erstellen kann und komplette beats bauen kann eigentlich einen kompletten track aufbauen kann ja was bietet uns die maschine die maschine bietet uns erstmal 16 touchpads die natürlich alle wunderbar funktionieren man kann in den optionen die sensivity einstellen man kann die beleuchtungsstärke einstellen et cetera pp und ja diese pads sind eigentlich ja relativ relativ also druckempfindlich man kann die wirklich sehr gut spielen für alle die diesmal sehen wollen geht mal jeremy malz ein bei youtube und dann seht ihr mal wie ein profi mit der maschine spielt des weiteren bietet uns die maschine und die transport sektion wo zum beispiel play pause restart und sowas ist wir können das raster ändern wir können damit aufnehmen wir können löschen wir können unser metronom einschalten alles autark wie gesagt wir brauchen nicht mehr an die maus dann haben wir die group sektion hier das sind die verschiedenen gruppen wie ihr jetzt auch im bild seht können wir die durchschalten das ist eigentlich schon mal recht cool wenn man zum beispiel live setups macht dann kann man auf gruppe anbieter auf gruppe in biet und so weiter und so fort oder so wie ich das gerne mache ohne großes routing zu betreiben bei ableton ich mache auf a die kicks auf b die snares auf c die high hats auf die sowieso 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 und hab dann die funktion hier dieses kleine kästchen wenn ich jetzt zum beispiel auf gruppe anbieter stellt habe dann kann ich hier per track and drop diesen beat einfach übernehmen zu ableton und kann danach die maschine wieder ausmachen und ich hätte den beat so wie ich ihn hier bei maschine erstellt hätte oder habe hätte ich ihn dann drüben das geht allerdings erst ab version 1.6 ich bin auch bei der version 1.6 stehen geblieben ich habe bisher noch nicht weitergemacht mein motto ist da never touch a running system das heißt solange etwas funktioniert warum soll ich dann ein upgrade machen die nächste sektion hier oben ist unsere master sektion wir haben hier einmal die volume wie ihr oben rechts jetzt hier sehen könnt kann ich hier oben ganz gemütlich die volume einstellen ich kann meinen pitch einstellen das heißt meine geschwindigkeit hier oben kann ich regeln diese pitch und volume funktion kann ich jetzt ich habe hier unten ein saxophon reingelegt solange ich das pad gedrückt halte seht ihr das oben rechts der lautstärkeregler sich nicht bewegt und somit könnte ich für jedes pad einzeln die lautstärke bestimmen dasselbe geht natürlich auch mit dem mit dem pitch button ja und die ganzen änderungen werden wir hier oben in meinen kleinen led displays hier oben wird mir das alles schick angezeigt dann das nächste ist der swing das ist für mich einer der wichtigsten knöpfe den diese maschine bietet weil warum werdet ihr nachher hören ich habe also hier die möglichkeit meinen swing einzustellen hier oben der ganze bereich dieses monitoring sage ich mal ist ein bereich mit dem ich mich selten beschäftige und mich auch nicht wirklich auskenne alles was ich dazu sagen kann ist dass ich hier oben quasi meine effekte bedienen kann ich kann hier oben meine sounds raussuchen ich kann meine sounds durchschalten ich kann hier wenn ich jetzt hier auf dem browser bin kann ich jetzt zum beispiel sagen okay ich möchte hier durch mein library scrollen und wenn ich jetzt sage okay den möchte ich haben auf pad b dann kann ich sagen okay load auf pad b und dann habe ich hier mein ja mein sound geladen quasi ich kann hier oben des weiteren meine gruppen bestimmen also meine subtypen quasi bestimmen was ich haben will ich kann wie ihr seht fangen wir an was an ich kann hier wie ein bass chor gitarre keys lied blablabla also ich habe hier eine menge sounds mit bei ich kann aber auch sagen okay ich möchte nicht unbedingt die instrumente spielen sondern ich möchte jetzt eher auf samples gehen wie zum beispiel meine drums dann könnte ich hier sagen ich bräuchte eine kick ich bräuchte eine sub kick und da wähle ich mir jetzt die 9092 aus wähle mir mein pad aus und lade sie hier rein ja das alles kann maschine und dann kann ich hier in den sampling modus gehen was sehr interessant ist was ich aber auch er bei ableton dann wieder mache und ich kann jetzt hier das sample quasi zuschneiden so wie ich es brauche ich kann ja ich kann die startzeit bestimmen wobei jetzt habe ich gerade auf recording gedrückt jetzt hätte ich zum beispiel hier startzeit an die startzeit an die startzeit an die startzeit habe ich mich jetzt selber aufgenommen ich könnte hier oben ein step sequence einschalten das heißt ich habe hier meine meine steps jetzt gesetzt wie man ja sieht und jetzt könnte ich das nächste feld wählen und sagen kann jetzt hier auch bequem mit dem up und down scheitern könnte ich jetzt hier meine pads auch durchspielen aber wie gesagt das sind funktionen die ich eher selten nutze weil ich nutze maschine eigentlich dann eher um kurzen beat aufzubauen und und das ganze dann zu exportieren bei ableton zum beispiel rein zu importieren importieren exportieren und dann ja dann kann ich das besser nutzen habe eben schon was zu der library gesagt maschine bringt von haus aus eine 15 gb library mit ich zeige euch hier mal kurz die die eigenen einzeln kicks alleine schon das sind jetzt die subkicks ich kann ja euch mal die subkicks durchspulen das sind jetzt nur die subkicks dann haben wir hier digital kicks und so weiter also die liste ist wirklich endlos lang und ja die maschine bietet mir eigentlich wirklich alles was ich brauche ich möchte jetzt zum beispiel sagen ich möchte hier das wollte ich zum beispiel jetzt nicht aber ist egal das ist so ein kleiner nachteil immer wenn man auf das pad klickt dann sucht er wieder das raus was er was er vorrangig drin hatte nämlich er ist dort wieder auf mein saxofon gesprungen gut aber ich möchte jetzt meine 808 kick hier haben also mein 808 und ich mache das wieder ein bisschen lauter und jetzt seht ihr hier oben in diesem menü seht ihr hier vier anzeigen diese anzeigen sind eigentlich was heißt anzeigen ich kann hier meine 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 effekte drauf machen die zum beispiel direkt aus der maschine kommen welches jetzt hier zum beispiel das meter verb ist oder ich kann sagen ich möchte in das nächste patchfeld gehen dort kann ich mir dann jetzt meine module nehmen das ist zum beispiel hier dann kann ich hier sagen alles klar meine fx jetzt möchte ich zum beispiel eine distortion haben in dem falle ist das die extreme distortion ja oder ich gehe wieder auf mein meter verb und schraubt hier ein bisschen die größe na ich kann auch hier sagen der mix und so weiter und so fort also ihr seht ich habe eine recht große datenbank quasi hier mit drin mit meinen ganzen effekten ich bevorzuge zum beispiel dieses eis reverb hier ich ziehe das jetzt einfach mal mit der maus rein damit ihr auch hier die funktion mal sieht hier kann jetzt zum beispiel sagen eis wird und hier sage ich keins ja und jetzt auch hier bei diesem eis wird kann ich die einzelne knöpfe die ich hier habe während der aufnahme hier unten als automations kurve mit ein zeichnen ja was habe ich noch seit maschine 1.6 welches das ja hier ist habe ich die geilste möglichkeit aller zeiten womit sich native instruments auch echt weit nach vorne gespielt hat muss ich mal behaupten ich habe hier die möglichkeit meine plugins die ich auf dem rechner zur verfügung habe also alle meine vst plugins hier abzuspielen ich kann jedes jedes teil hier einladen was ich möchte was ich halt auf dem rechner zur verfügung habe das geht los ja brauche ich gar nicht sagen ja mal alle vst halt dasselbe ist in der fx sektion kann ich sortiert mir das able maschine gleich habe ich hier jetzt meine ganzen effekt 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 vst halt alles was ich benutzen kann kann ich also auch hier in maschine nutzen so zu den einzelnen pads ich habe hier die unter und redo funktion das heißt wie bei ableton mit steuerung z vor und zurück ich habe eine split funktion das heißt ich kann einzelnen eingespielten noten splitten ich habe die quantize 100 funktion also die 100 prozent funktion die also die ganzen tasten die ich hier sind sind natürlich doppelt belegt und immer wenn ich dann die shift taste drücke könnte ich jetzt hier zum beispiel den quantize button auswählen und der quantisiert mir das quanti quanti quantisiert mir das auf 100 prozent was ich hier aber viel schöner finde ist die 50 prozent funktion was der dieser button wäre dort kann ich mir halt sagen quantisiert das nummer zu 50 prozent somit bleibt der menschlichkeitsfaktor so ein bisschen drin die natsch funktion ist eigentlich wenn ich hier meine meine felder ein bisschen größer mache dann kann ich hier quasi dann wenn es zu groß wird durch die felder durch durch switchen ich habe die clear funktion das heißt wenn ich jetzt hier zum beispiel eine aufnahme hätte wenn ich jetzt sage hier und da und dann entsprechend ein sound auswählen dann kann ich die ganze funktion clear auch die ganze zeit den falschen knopf sagt mir das noch mal einer die automations kurven könnte ich hier rausnehmen ich habe copy und paste ich habe die semitöne hoch und runter das heißt könnte hier sagen alles klar oder gut das geht jetzt auch nur wenn der wenn der beat schon eingespielt ist die funktionszeitung gleich und ich habe die funktion hier oben doppelt belegt eine oktare auf eine oktare runter auch das geht erst wenn der beat eingespielt ist als nächstes haben wir die ganze reihe hier dort habt ihr eben schon gesehen ich kann einzelne pets muten was mir dann auch farblich angezeigt wird ich kann einzelne pets auf solo stellen auch das wird mir farblich angezeigt ich kann den select button machen damit kann ich hier oben jetzt beispielsweise meine meine pets auswählen quasi zeige ich euch auch später in der funktion ich habe die möglichkeit beats zu duplizieren das heißt ich kann komplette tracks von a zum beispiel auf b bewegen ich habe diesen navigate button wo ich ganz ehrlich sagen muss habe ich nie gebraucht damit kann ich zum beispiel hier oben ran ranzoomen rauszoomen durch meine szenen ich kann scrollen ich kann hier unten das pattern ranzoomen rauszoomen ich kann hier links und rechts scrollen ich kann drauf und runter scrollen wenn es dann nötig wäre wie gesagt ich brauchte nicht eines der wichtigsten sachen in meinen augen auch hier wieder ist der der nächste button wo ich gerne mein saxofon wieder mit zunehmen das ist nämlich der pad mode button und ich habe hier die möglichkeit auf keyboard zu switchen welches jetzt auch aktiviert ist und aktiviert bleibt das sieht man hier oben habe ich den keyboard button jetzt aktiviert und jetzt habe ich die chance ja und wer mr sexo biet kennt der wird auch dieses saxofon wieder erkennen macht natürlich laune damit um zu experimentieren jetzt nicht nur mit dem einzelnen saxofon sondern natürlich mit einem instrument was mir aber nicht mein midi keyboard ersetzt im besten falle man stelle sich vor man hat jetzt eine 15 jährige ausbildung in einer musikschule genossen und die mama sagt du gehst zur musikschule und ich möchte dass du in beethoven wirst und dann kauft sich der junge eine maschine und braucht auf einmal kein instrument mehr nein das ist blödsinn ich kann natürlich mein midi keyboard ganz normal anschließen und auch damit dann sagen okay ich spiele meine noten via midi keyboard ein ich bei mir geht das jetzt nicht ich habe mein midi keyboard ja nicht aktiviert in den options ich brauche es eigentlich auch nicht weil wie gesagt ich mache hiermit keine melodischen sachen zumindest nicht unbedingt sondern ich mache damit eigentlich eher beats drums hier oben eine auch zwei wichtige knöpfe für die leute die komplette beats bauen wollen oder komplette tracks bauen wollen ich kann hiermit durch die einzelnen patterns durchscrollen das heißt ich kann auf pattern 1 beginnen auf pattern 2 kommt dann meine snare dazu auf pattern 3 kommen meine heads dazu und so weiter und so fort das ganze ist taktgerecht das heißt ein pattern spielt immer zu ende und dann wenn ich während des laufenden pads auf 2 drücke spielt danach auch das zweite pad und dasselbe habe ich hier oben mit den 10 ich kann hier oben dann die einzelnen 10 durchgehen ja ihr seht die möglichkeiten sind quasi endlos gut der dritt wichtigste knopf in der maschine ist genau der hier ich kann hier einmal das tap tempo durch switchen was eher uninteressant ist weil wir wissen zum beispiel wo wir auf 127 bpm gehen aber es ist auch dieser note repeat button in dem ich zum beispiel so was machen kann und auch hier kann ich die value verstellen ja und auch diesen knopf kann ich natürlich oder diesen button kann ich hier feststellen dass ich sagen kann ich brauche da oben nicht jedes mal drücken sondern ich habe den gleich festgestellt quasi was kann ich noch also die maschine ist wirklich was ich ja sagte autark ich kann meine velocity höhen einstellen von ja ich kann ich kann meine meine sektion hier oben die hier habt meine group und master funktion kann ich alle komplett über über maschine steuern ich kann meine sounds zur richtigen der w ruten also ich möchte nicht sagen dass maschine keine richtige der w ist weil irgendwie ist ja doch eine richtige der w aber ich kann meine sounds abeluten dafür habe ich ja auch schon mal ein video gemacht auf meinem kanal das heißt wenn ihr euch das mal ansehen wollt dann viel spaß dabei findet ihr auf meinem kanal und ja ich würde sagen ich beende das video hier an dieser stelle und wir machen im nächsten video weiter dass wir uns wirklich mal angucken wie einfach es doch ist mit maschine ein beat zu bauen gut leute ich würde sagen viel spaß erstmal so beim rumprobieren wenn ihr dann die maschine zur verfügung habt wenn nicht und ihr seid überlegen ob apc oder nicht apc mensch wie hießen das andere dinge mpc glaube ich nach von aike kauft euch die maschine sie macht mehr spaß ich habe das andere ding auch mal getestet im laden bei thomann und muss sagen mir zu kompliziert hier ist viel einfacher aufgebaut und ja also daumen hoch eine video weiter verbreiten und so dann sehen wir uns gleich im nächsten teil wo wir uns eingemachte gehen bis denn und tschüss